Noch wird fleißig gewerkelt in den Gängen rund um das St. Pauli-Stadion. Street Art von Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt wird hier entstehen. Dieses Jahr sind auffallend viele Frauen dabei. Aus Indien kommt die Graffiti-Künstlerin Dizzy. Ich habe immer gedacht, hier würde ich zu gerne malen. Und habe mich dann riesig gefreut, als die Einladung kam. So viele weibliche Künstlerinnen aus aller Welt zu treffen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Yasmin Siddiqui alias Hera, die hier noch ein großes Wandbild überarbeitet, ist die Kuratorin der Ausstellung. Sie hat all die Frauen zusammen getrommelt. Tatsächlich weiß ich, dass weibliche Künstlerinnen eine Doppelbelastung hatten während der Pandemie, weil sie dann auch ganz oft diese neben dem Zeichnen und Malen und den musischen Stunden auch einfach mit dem Homeschooling ihrer Kinder beschäftigt waren. Die waren dann heilfroh, jetzt die Einladung zu bekommen, um wieder rauszukommen. Flow heißt das Motto der Ausstellung. Alles im Fluss, alles im Werden. Das passt, sagt der Präsident. Flow als Motto passt hervorragend in unsere Zeit, passt hervorragend, egal ob du es in den Sport oder in Organisationen oder Firmen oder wo auch immer anwendest. Wir haben sehr viel Veränderung und wir müssen in diesen Veränderungen Punkte schaffen, wo wir sagen, da fühlen wir uns okay mit und wie gehen wir mit Veränderungen um. Fußball und Kunst, das passt bestens zusammen. Sonst hätte sich die Millantor Gallery nicht so lange gehalten. Mittlerweile ist sie eine feste Institution in der Hamburger Kunstwelt. Eines der Highlights, die Kunstauktion mit dem Auktionshaus Christie's. Da werden in diesem Jahr ganz, ganz tolle Werke versteigert. Unter anderem freuen wir, dass wir so jemanden dabei haben wie Neo Rauch oder Gerhard Richter. Am 23. Juni geht es los und bis dahin wird hier alles fertig sein. Erstenszen, halten mit Rosenthal bei der atmiken 1947 screen ich den Rundein. auch, dass wir jetzt haben hier ein paar Minuten konsumt. Bis zum nächsten Mal, hospital zu schaffen.